Ja, ihr seid im Gebiet der Muakiji Marasna, der Schönheit der Maraske. Die Maraske gesellt sich dann relativ schnell zu einigen anderen Artgenossen, die dort relativ selbstverständlich gehalten werden. Und da ist auch ein ziemlich großes Beet angelegt in luftiger Höhe mit schummrigen Pilzen, die dort vor sich hin existieren und die dann nach und nach von den Marasken gefuttert werden. Man schaut sich die Pilze an, das waren die Pilze, die sie sonst auch immer isst, ne? Richtig, immer die gleichen Pilze. Scheint schon lange hier zu sein, nicht wahr? Sieht ziemlich lange aus und ziemlich gut organisiert, dafür dass sie noch einen Tag von dieser Mine entfernt sitzen. Sag, sind die Jiyan, wie viele seid ihr hier? Wir sind grob 100, mal mehr, mal weniger, aber immer... Wir versuchen so viele zu sein, dass es mit der Mathematik und der Philosophie von Rohr und Rohr übereinstimmt. Das ist uns sehr wichtig. Ah, natürlich. Das heißt, wir ziehen immer in Leuten nahe zwölf umher. Sehr göttergefällig. 16 würde ich dir empfehlen. Das ist noch hohefälliger. 16, 12, 32, 36. Jetzt wickelt ihr zu. Das mögt ihr in Sinoda oder dort unten in Chattagün so halten, aber wir halten es hier mit der 12, der 24. Wo kommst du denn her? Wir kommen hier aus der Nähe des Gebirges. Wir haben gute Kontakte zu den Eukulizanern, zu dem friedlichen Herbern. Hört sich gut an. Und ihr, wie lange schlagt ihr euch schon gegen die Haffajars? Oder seid ihr schon hier, bevor die Haffajars herkamen? Naja, seitdem sie hier sind, kämpfen wir gegen sie. Vorher gegen ein paar Reto-Gardisten, die es in den Bergen gibt oder die im Dschungel angelegt worden sind vor einiger Zeit. Also nachdem Reto das Maraskanische Island erobacht hat oder es versucht hat. Wir sind quasi schon seit immer hier. Dann seid ihr ja schon ziemlich lange hier im Widerstand. Dann habt ihr ja sicherlich Erfahrung, was hier so vor sich geht, was die Haffajars so treiben. Ja, wir führen an mehreren Frontenkrieg. Zum einen gegen die Navjuta-Rangaharan, aber auch gegen die Sira-Roha-Barnak und gegen die Haffajars. Immer so, wie man gerade kann. Kennt ihr denn die Mine? Wisst ihr, wie es dort aussieht? Ja, wir haben sie das ein oder andere Mal schon... Vor einiger Zeit haben wir sie angegriffen. Aber das war von nicht so sehr viel Erfolg gekrönt. Dann sind sie also auf Angriffe vorbereitet. Mit wie vielen Leuten hatten sie die Angriffen? Wir haben es mit 12 Mann gemacht. Wir haben einmal auf 16 aufgestockt, aber das war noch gar nicht so gut. Deswegen sind wir auf 12 wieder runtergegangen. Und ja, wie gesagt, wir haben viele Kriege, die wir kämpfen müssen. Wie wird diese Mine versorgt? Versorgt? Das ist wesentlich einfacher. Die Versorgungsroute ist mal unregelmäßig von etwa einmal im Monat über den Waldweg mit einem großen Karren, der dann ziemlich laut durch unser Gebiet rumpelt. Darüber kann man sie extrem ärgern. Habt ihr schon mal versucht? Okay, wie wird die Mine denn verteidigt? Die Mine verteidigt? Na, ihr seid ja vertrieben worden. Ihr habt euch ja nicht... Ich meine, wenn ihr Erfolg gehabt hättet, hättet ihr wahrscheinlich alle Haftfeiers abgeschlachtet. Die Mine hat einen, ja, einen Verteidigungsring. Sie ist direkt in die Berge gebaut. Und es gibt dort mehrere Gebäude, die dort aufgebaut worden sind. Allerdings schon vor langer, langer Zeit. Wir haben unser Gebiet erst seit kurzem dann hierher verliegt. Und sie ist ebenso beschützt durch Fallen, die eingegraben worden sind. Und... also im Boden. Es gibt einen Ring, es gibt zwei Wachtürme, zwei Gebäude. Und die, ja, die Gardisten, die Hafayas, die dort herumstehen, sind wohl relativ oft auf so etwas wie Angriffe vorbereitet. Auch wenn wir sie sehr lange nicht mehr angegriffen haben, aber sie sind immer sehr schnell. Scheiße. Haben sie noch mehr als nur Wachen und Fallen im Boden? Sie haben Ungeschaffene. Und zwar den einen oder anderen. Was für welche? Und wie viele? Fliegende Schlangen. Man schaut mal zu Brindigian. Ich hab von denen gehört, wie heißen die? Äh, Karakil heißen die. Äh. Die können fliegen, das ist aus sehr vielen Gründen sehr schlecht für uns. Was ist mit, äh, was ist mit diesen fliegenden, unsichtbaren Dämonen, die das ausspionieren? Nicht, dass wir so etwas am anderen Hintern haben, Brindigian, weil letztes Mal wurden wir damit verfolgt. Nicht, dass wir das hier hinbringen. Ich hab keine Lust dazu. Habt ihr Magier hier? Frag ich, sind die, Gian? Nein, äh, wir haben keine Magier und wir haben auch keinen Ruhen-Grohr-Priester. Nein, ich meine, da haben wir einen Effort-Priester mitgebracht. Nun, wenn wir dann... Vielleicht sollten wir uns einmal eingehen, da unterhalten etwas. Nun, ihr erzählt uns, was ihr wisst, wir erzählen euch, was wir wissen. Nämlich werde ich dann einmal prüfen, ob wir, ob wir vielleicht beobachtet werden. Beziehungsweise kann ich das auch gleich jetzt machen, wenn wir uns ohnehin drüber unterhalten. Mhm. Ja, fliegend. Ich weiß nicht, inwiefern... ...das hilft. Vielleicht müssen wir keinen offenen Angriff starten. Vielleicht können wir eine Art Infiltration machen. Ja, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich bin ja schon mal im... ...habe ja schon mal die Wachmaßnahmen der Haffayas durchdrungen. Sie sind sich ihrer eigenen Überlegenheit sehr sicher. Wie stark wird denn so die Karawane bewacht und könnten wir die überfallen, um zu gucken, dass wir mit der Karawane da hinein gelangen? Mhm. Ähm, ein paar Ungeschaffene, die sie das ein oder andere Mal begleiten und die aus dem nichts aufploppen. Und, äh, ein paar, äh, lass mich zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, etwa zehn Gardisten, die meistens dabei sind, zehn Haffayas. Äh, sie marschieren, äh, zumeist, ähm, wenn man sich das, äh, äh, von dieser Mine in Richtung Tuzak. Das ist ein etwas längerer Weg, sie werden wohl die Tuzak-Järgernstraße nehmen und dann in Richtung Süden abbiegen. Vielleicht auch bei Helmenport oder so etwas, äh, werden sie, äh, ihre Vorräte aufstocken und dann rumpeln sie wieder mit dem Karren in Richtung... ...Bergkette. Das heißt, wenn wir eine Karawane ausschalten, könnten wir eine relativ große Gruppe, im Zweifel sogar, unbeobachtet rein schaffen. Dann marschieren wir rein und schnappen ihnen das Endurium unter der Nase weg. Ja, sie sind immer sehr unregelmäßig unterwegs. Also. Siehst du, wann die nächste kommt? Hm, das werden wir früher noch in Erfahrung bringen. Wie gesagt, sie rumpeln dann direkt durch unser Gebiet. Gut, dann kommen sie uns immerhin nicht davon. Zumindest gegen Ungeschaffene hätte ich mit zwei... hätte ich... unter Umständen ein Mittel. Wie groß ist denn die Endurium-Menge, die da abtransportiert wird? Haben die da noch große Vorräte rumliegen? Und dazu weiß ich nichts, wir haben die Mine in letzter Zeit nicht angegriffen. Und diese Karawane und das Endurium dann mit zurück? Hm, mal so, mal so. Auf unseren Raubzügen, die wir bisher auf dem Landweg abgefangen haben. Dort waren meistens immer nur Vorräte, also Profanes dabei. Metalle werden, glaube ich, über die Luft abtransportiert. So konnten unsere Späher das zumindest berichten vor diesen fliegenden Schlangen. Eine solche fliegende Schlange. Man schaut mal so, Brindigian. Kann man die mit einem gezielten Angriff vom Himmel holen? Hm, das müsste schon ein starker Angriff sein. Ich weiß nicht, ob wir sie mit einem Schuss herunterkriegen. Ich meine, ihr habt die komische Zauberin schließlich auch mal da einen Angriff aus der Luft geholt. Ich weiß nicht, ein Dämon ist, glaube ich, etwas widerstandsfähiger als irgendeine der hergelaufenen Dämonen-Anbeterin. Das mit Sicherheit. Also wenn du es schaffst, einen starken Zauber wie den, den du auch gegen die Hexe anwenden konntest, gegen den Ungeschaffenen zu richten, dann könnte es klappen. Aber da musst du schon all deine Kraft hineinlegen, vermute ich. Ja. Bei der Mine gibt es doch sicher jemanden, der für diese Schlangen zuständig ist. Ich weiß nicht, wenn wir den am Leben lassen und ihn die Schlangen kommen lassen, dann können wir selbst die Schlangen nutzen, um das Indorium abzutragen. Hast du irgendwie Schädelfraß? Manchmal frage ich mich, ob du echt irgendwie nicht ganz sauber bist. Rodrigo, ist dir das Gift in den Kopf gestiegen oder was? Soll ich dir eine schälen oder was? Ja, gleich halte ich dir ein paar rein. Die beiden sollten dann nicht... Also ganz ruhig. Wir benutzen doch keine Dämonen. Hast du irgendwie... Bist du irgendwie bescheuert? Die Schlangen sind doch keine Dämonen. Natürlich sind sie das. Fliegende Schlangen? Mann, Herr Valaios, ihr seid ja richtig dumm. Die Geschichten aus der Zeit, als Borbarats gewütet hat? Diese fliegenden Schlangen waren, die sind ja Vorbote des Todes gewesen. Achso. Da nehme ich das zurück dann. Das Ei des Allfokus wurde in Draconia von unter anderem solchen Dämonen geraubt. Richtig, Herr Valaios. Das passiert, wenn man an der falschen Küste sitzt und da wohl nichts mitbekommt. Quadro? Ich hoffe, du hast gut schwimmen gelernt. Ich werde mich nämlich nicht rausfischen in Zukunft. Ich werde euch nicht gegen fliegende Karakeel beschützen. Verdammt, die haben überall gewütet. Machst also nicht das, wofür du bezahlt wirst. Naja. Dienstverweihung. Wenn du nicht vor mir trinken gewahrst. Wenn ihr, ich wollte gerade sagen. Effert, ein Geweiter, der mich ertrinken lässt. Das ist ja schön. Ich überlasse dich Effert. Er wird dann schon urteilen, was mit dir geschehen soll. Und ich überlasse dich den Karakeel. Na, wenn du meinst. Ich rette Brindigian. Brindigian, Brindigian. Gut, vielen Dank. Dann kann ich mich darauf ja verlassen. Aber wir sind uns sicherlich einig, dass wir einen anderen Weg finden müssen. Nun, am besten, dass diese Ungeschaffene gar nicht erst gerufen werden. Kann man die Mine gefahrlos beobachten oder ist das sehr gefährlich? Hm. Na, genug kommt ihr wohl nicht ran. Vermut' ich zumindest. Könnt ihr euch in den Bäumen aus? Könnt ihr auf den Bäumen laufen? Ja, weniger. Was, wenn man sehr gut schleichen, klettern und sich quasi unsichtbar bewegen kann? Dann schon? Hm. Über die Bäume? Definitiv. Also, wir tun es ebenso. Bisschen heran. Wir haben einige Fallen, haben wir ausgespäht. Schaut euch das einfach hier auf dieser Karte an. Ja, ihr könnt dann eure Karte, also wenn ihr sie auspacken wollt. Ihr habt hier wieder gesagt. Okay, alles klar. Die haben eine eigene Karte angefertigt, die sie jetzt vor euch auf den Tisch legen. Steuerung F. Gibt es hier Fallen? Könnt ihr die sehen? Nö. Nein. Oh, doch, die sehe ich. Genau. Ja, zwei Stück haben sie ausgespäht. Von dieser Seite aus habt ihr viel Waldschutz. Da wuchert eine ganze Menge an Wald. Und da könnt ihr euch auf den Bäumen bewegen. Und wenn Wascher auch lautlos oder unsichtbar sich bewegen kann und gut klettern kann, könnte sie auch von der felsigen Seite aus kommen. Denn das hier ist alles dann sehr hügelig, sehr felsig. Und da ist die Mine dann, wie gesagt, sehr tief in den Berg hineingegraben. Das ist dann eben die normale Seite, von der ihr käft. Gibt es, wisst ihr, ob es dort einen Gemeinschaftsraum gibt, wo die Wachen sich treffen, Garten spielen, wenn, was weiß ich, möglichst eng auf einem Raum sind. Wir hören, dass ein oder andere Mal Metall, was geschmiedet wird. Sie haben also definitiv eine Schmiede. Sie haben eine Kaserne. Sie haben Stall und Scheune, wo allerdings die Tiere mittlerweile nicht mehr untergebracht sind. Dort lagern die Wagen, aber die Nähe der fliegenden Schlangen hat eher dafür gesorgt, dass die Tiere am äußeren Rand mittlerweile verhaaren hinter den Häusern, wo sie die Präsenz der Dämonen nicht mehr ertragen müssen. Es gibt zwei Sklavenbarrikaden. Oder Baracken. Diese beiden. Richtig. Und es gibt eine Küche, in der wohl gespeist wird. Der Eingang zur Mine befindet sich hier. Die Metalle werden zumeist irgendwo hier draußen gelagert. Oder noch etwas weiter an dem eigentlichen Bergmassiv heran. Also damit sie nicht genau in der Mitte liegen, wenn sie etwas herausbringen. Das ist, glaube ich, noch etwas mehr als diese schwarze Metall. Und es gibt hier einen ziemlich großen Leichenstapel. Dort werden die Sklaven, die gestorben sind, hingelegt. Wir wissen nicht genau, was dazu führt, aber nach etwa ein paar Monaten werden sie immer ausgetauscht. Und sie bringen dann mit weiterer Verstärkung viele Sklaven von Tuzak oder von Järgern aus in die Mine. Heißt, wie groß ist denn dieser Gebäude ungefähr? Wie ist der Maßstab? 6 x 12? 6 x 12 Meter. Kannst du das auch abmessen. Das ist geeicht. Alles geeicht. Ah, sehr schön. Ja, bei mir ist alles geeicht. Ihr wisst nicht zufällig, in welchem Raum der Aufenthaltsraum ist. Also, wir sehen, dass die Katisten, die Hafayas, oft hier lagern. Ah, in Ordnung. Wie gesagt, hier und hier gibt es einen großen Wachturm. Wie mache ich das Abmessteil auf? Dass es oben neben dem Mauszeiger diese Entfernung gibt. Also, hier und hier. Ich sehe ein Wachturm, wobei der zweite Fluss die ist. Ah, da. Also, wäre es doch am schlauesten, wenn ich mich von hier anfleichen würde, oder? Moment, Moment, Moment. Von wo? Guck mal. Ah, okay. Ja, Fels. Klettern. Es kommt doch an, was du tun willst. Oh, hier hängt meine Maus. Also. Jetzt kommt doch an, was du tun willst. Naja, wenn es nur um Auskundschaften geht, wäre es natürlich besser, die Seite zu nehmen, wo es keine Wachtürme gibt. Wenn ich die Wachen ausschalten soll, auch dem bin ich befähigt, dann könnte ich natürlich auch von... Von hier kommen. Und dann versuchen, den Wachturm irgendwie hochzukommen und die Wachen auszuschalten. Dann hättet ihr einfacheres Reinkommen. Hier ist noch... Hier ist noch Wald, nicht wahr? Ja, Maraskanischer Dschungel. Also, das wird dann ziemlich schnell... Gibt es hier eine freigeschlagene Schneise. Da ist ein offenes Feld, aber man könnte quasi... Also, wenn du gut im Verstecken bist, kommst du dahin, ja. Ja, mir reicht es, wenn ich hier bin. Ich muss ungefähr... Er misst mal so mit den Fingern was ab. Ja, wenn ich mich ungefähr hier befinde, könnte ich... Wenn ich Sichtkontakt habe, eventuell in die Baracke hinein zaubern. In die Baracke? Was für eine Baracke? In der die Wachen Dienst haben. Ist das nicht viel zu weit? Ja, aber das... Wenn ich mir Zeit lasse, dann schaffe ich das auf 200 Schritt. Okay, okay. Du zauberst dann in die Wache... Was zauberst du denn in diese Baracke hinein? Eine explosive Eiskugel, die alles in einem Durchmesser von 10 Schritt schweren Mitleidenschaft zieht und mit Eisspieler durchbringt. Das wäre aber ziemlich auffällig. Wäre es nicht besser, es erstmal verdeckt zu versuchen? Wir müssen erst über Auskunft auf dem Reden, Kazim. Bevor wir über Angriff reden oder sonstige Strategien. Das wäre nur eine Möglichkeit. Ich zeige nur meine Möglichkeiten. Wir können euch im Notfall immer noch außerhalb des Lagers positionieren. Und wenn... Ich kann das auch von innerhalb. ...könnt ihr immer noch euren Angriff starten. Ich denke auch, dass es doch besser wäre, oder? Wenn ihr wirklich eine so einzigartige Idee habt, dann kann ich mal schauen, ob uns einige Samurujins begleiten und wir uns dem gerechten Kampf anschließen. Ich denke, wir können... Wir können die Karawane überfallen. Wie bereits gesagt. Ich glaube, wenn die Muakijima Ras natürlich nicht geschafft haben, die Miene zu erobern, dann sollten wir uns eine andere Möglichkeit ausdenken. Ja, Lajin sagt. Vielleicht würden wir es besser mit Raffinesse schaffen. So sind Ragnar und ich schließlich auch in die Sperrspitze Xa-Files rein- und wieder rausgekommen. Ich bin ja nicht so in diesem Plan drin, aber haben wir ein Zeitlimit, bis wann wir da drin sein müssen? Nein, ich glaube, auf ein paar Tage kommt es nicht an. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ich bin ja lieber mit Nachsicht. Wenn wir uns erwischen lassen, wird die Alarmbereitschaft erhöht, denke ich mal, ganz massiv, für kurze Zeit mindestens. Die... Die... Hier, die... Die Schönheit Maraskans hat uns ja schon erzählt, die Muakiji Marasna haben uns jetzt gerade schon erzählt, dass wir hier... Dass sie sowieso anscheinend auf Dauer Bereitschaft sind. Aber die werden bestimmt noch massiver werden, wenn wir entdeckt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dort wieder so unsichtbare fliegende Dämonen sind, wie die, die uns verfolgt haben, die vielleicht das Gelände bewachen. Das heißt, wenn man dort hingeht und das Gelände irgendwie beobachtet oder betritt, von der Seite oder so, dass dann die Leute vorgewarnt werden. Aber andererseits, schau doch, diese Karte, da sind nur zwei Fallen eingezeichnet und wenn wir... Heißt nicht, dass da nicht noch mehr sind. Eben, und wenn wir das meiste nicht wissen und einfach auf Blindlings angreifen, wird die Hälfte schon ausgeschaltet, bevor wir bei ihnen sind. Das ist auch nicht besser. Oder wir schaffen es tatsächlich, eine Infiltration. Also eine Infiltration im Sinne von, dass wir es schaffen, Verkleidung zu bekommen und die reinzukommen verkleidet. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Das könnte schwierig werden. Aber in Boran hatten sie einen riesengroßen, unförmigen Dämon auf dem Hof stehen. Und nachdem wir Alarm ausgelöst haben, wartete der in den Dschungel, als wäre es nichts und hat nach uns gesucht. Und je nachdem, wie es hier aussieht, können wir, wenn wir einen Alarm auslösen, eben jenen am Hals haben. Und ich will mich nicht mit zwölf Mann vor dem verstecken müssen. Aber wäre es nicht besser, ihn rauszudocken, dann hätten wir ihn drin nicht mehr, wenn wir angreifen. Besser wäre es gar nicht, erst Alarm auszulösen. Richtig. Reingehen und wieder rausgehen, ohne dass sie merken, dass wir es waren. Wir greifen ihnen das Metall unter der Nase weg und sind fort, bevor sie irgendwas merken. Kasim tippt sich nochmal auf die Stirn, auf sein Gildensegel. Es ist für mich schwierig, das hier zu verbergen. Dann bleibt ihr wohl draußen. Ihr habt gesehen, dass ich sehr schnell sein kann. Naja, also ich glaube... Ich glaube... Ich kann nicht auch sein. Äh, ihr, ähm... Äh, Sindidjian, verratet uns doch erst manchmal auch mit Kopftuch und sowas rum oder mit Helm? Äh, ja, sie laufen mit Helm herum. Alle Material? Äh, ja, alle. Kasim, macht dir da keine Sorgen. Wir... Äh, also mein Bart ist ja auch auffällig. Wir tun einfach so, als wenn wir... Äh, Entschuldigung, nein, nein, nicht alle, viele. Ähm, die, die keinen Helm tragen, haben die manchmal ein Kopftuch aufzudrückt? Äh, wir tun einfach so, als wenn wir Gefangene wären. Können wir einfach reinkommen und, äh, ja, wahrscheinlich wären wir sogar noch nett begrüßt. Also nicht ihr, aber die, die uns... Also nicht ihr, aber die uns... Aber dann kriegen wir die Gefangene nicht wieder raus. Ich wollte, als Gefangene, als Gefangene kriegen wir, haben wir keine Waffen und keine Rüstung. Rüstung haben wir sowieso nicht, aber dann haben wir nicht mehr so Waffen, ne? Wo ist der Stapel mit den Toten nochmal? Wenn wir so etwas wie Schellen tragen, dann, äh, müssen wir diese ja nicht zuschließen. Und die Waffen können wir ja griffbereit, äh, ein paar Schritte von uns entfernt tragen. Aber auch dann haben wir sie wieder auf den Fersen, wenn wir das Lager verlassen. Nicht, wenn sie gar nicht erst merken, was wir da überhaupt getan haben. Das heißt, ihr wollt die Mine nicht erobern, sondern nur einmal kurz einbrechen, ja, Bruder Schöster? Mine ist nicht haltbar auf dieser Insel, mitten im Dschungel. Für euch vielleicht. Was tut ihr mit den Sklaven? Freilassen. Die könnten für Chaos sorgen, wenn es wirklich zum Schlimmsten kommt. Das ist auch eine Idee, wir lassen die Sklaven frei, alle auf einmal. Ja. Nutzen das Chaos, was dadurch entsteht. Können vielleicht aus dem Hinterhalt möglichst viele Wachen, ähm, ähm, ermorden. Im Zweifel, wenn sie alle auf einem Haufen stehen, ähm, mit einem Eisball, äh, einen ganzen Haufen, äh, durchlöchern. Dieses Kalkül fand ich ziemlich kalt, Magister. Aber wir würden den Sklaven natürlich eine Chance geben. Aber... Das ist besser als gar nichts. ...als irgendwie da zu sterben und dann auf diesem Leichenhaufen zu landen. Ich denke, sie würden alles tun und wenn ein paar dann sterben, dann wenigstens die gute Sache. Lieber im Kampf für die... Lieber im Kampf für, äh, die Götter und die Elemente sterben, als in Sklaverei unter den Dämonen zu leben. Dann lasst uns aber trotzdem mit Intelligenz vorgehen. Ich bin... Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Form von Ablenkung, wenn es zum Kampf kommt. Wie wäre es denn, wenn wir uns versuchen, an der Essensausgabe zu vergreifen? Sie auch hungern. Das werden wir nicht schaffen. Vorher werden sie irgendwie, äh, nein, indem sie etwas essen, was sie vielleicht lähmt. Indem sie vielleicht starken Flicken tiefer bekommen von etwas, was wir ins Essen rühren. Auf dieser Händel ist doch alles giftig. Passt alles. Man schaut mal zu, Brindigian. Ich finde aber, tödliches Vergiften ist nicht gut. Wenn wir, wenn wir, äh, dafür sorgen, dass die, äh, Flicken liefer bekommen, dann werden sie geschwächt sein, sie werden abgelenkt sein. Und selbst wenn die Sklaven das gleiche Essen bekommen sollten, werden die Sklaven dadurch dann nicht vergiftet und sterben. Ich nehme an, die Sklaven bekommen dort etwas schlechteres Essen. Wenn wir also nur das Bessere vergiften. Dann könnten wir auch die Dosis soweit erhöhen, dass es sie umnietet. Ich sehe damit kein Problem. Aber auch das Problem wieder mit dem Essen. Falls einer etwas merkt und schmeckt oder riecht, dass es vergiftet wurde oder ein Sauber wirkt, dann... Gibt es Gifte, die erst nach einer gewissen Zeit anschlagen? Also du, deine Heilkunde-Gifte ist hoch genug und bei Brindigian auch. Ihr wisst auf alle Fälle, dass ihr hier alles an Giften bekommen wollt, könnt. Ähm, und es gibt natürlich auch Gifte, die geruchlos oder geschmacklos sind. Ähm, und... Also, auf Maraskan ist quasi alles da. Aber es ist halt wirklich die Frage, wenn es jemand feststellt, ob sie da nicht noch alarmbereiter sind, genau wie jemand quasi entdeckt würde. Dann brauchen wir etwas, was erst wirkt, wenn wir schon wieder weg sind. Dass wir jetzt irgendwie hindaxeln können, dass wir schon draußen sind, wenn sie das Gift essen. Naja, wir könnten auch, wenn wir die Lage richtig auskundschaften und wir hätten den Weg, wie wir vielleicht jemanden, der gut schleichen kann, wie zum Beispiel Wascher, dazu bekommen könnten, sich in die Küche zu schleichen und das Essen der Leute sozusagen jetzt mit einem starken Abfüllmittel zu vergiften, dann... Aber daran sterben sie nicht. Sollen sie auch gar nicht. Sollen sie auch nicht. Und, äh, ich finde das ein gutes Abfüllmittel, was eine Stunde später wirkt, ziemlich genial ist. Denn im Endeffekt, äh, sie macht das da rein, sie verzieht sich, sie kommt zu uns und wir gucken, dass wir innerhalb von, äh, ungefähr einer halben, äh, einem halben Stunden Glas dann, sozusagen, oder sagen wir jetzt mal, innerhalb von einem, nein, jetzt mal so, ja, kurz bevor das Mittel anfangen würde zu wirken, ähm, würden wir anfangen anzukommen mit unserer, naja, gekaperten Karawane. Die Leute hätten die Zeit, in einer Stunde das Essen verteilt und gegessen. Und, äh, ja, dann sind wir drin, sagen Hallo, bringen die neuesten Sachen, ähm, müssen gucken, dass wir in der Zeit nicht auffliegen, behaupten, dass wir auch ganz gerne was zu essen hätten, ähm, oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da sagen sollten. Vielleicht können wir uns sogar auch irgendwie, äh, wenn wir spezielle Dinge nehmen, die so etwas verursachen, vorher mit Antidot eindecken. Dass, äh, wir jetzt hier, äh, irgendwie etwas vorher schlucken und dann das Essen darauf essen, vielleicht auch nicht allzu viel davon und dann keinen, äh, keinen flinken Diefer bekommen. Und, äh, dann bekommen die Leute alle flinken Diefer und, äh, ja, wir können dann versuchen, unser Ding durchzuziehen, ganz schnell. Ohne, dass bis dahin irgendwie Alarm geschlagen wird. Und, äh, dann können wir uns wiederholfen. Vielen Dank.